Ja, tatsächlich hatten wir vor weniger als drei Monaten einen Antrag zum Thema Subventionierung von gezuckerten Schulmilchprodukten in den Landtag eingebracht, der erst leidenschaftlich von allen anderen Parteien abgelehnt wurde. Und nun haben wir durch einen Zeitungsbeitrag erfahren, dass dieser Antrag jetzt doch durchgesetzt wird. Wir haben uns damals tatsächlich sehr gefreut, als es hieß, dass wir jetzt wirklich in die Sachdiskussion einsteigen werden mit den anderen Parteien und man uns das auch zugesteht. Und Tatsache ist, wir warten eigentlich immer noch darauf. Das ist eine gute Frage, aber es scheint im Parlament irgendwie üblich zu sein, dass man weniger auf das hört, was gesagt wird, als von wem es tatsächlich kommt. Wir haben es mehreren Male wirklich so gemacht, dass wir einfach aus anderen Landesparlamenten von CDU und SPD Anträge, die in Vorbereitung tatsächlich vielleicht jetzt auch ins nordrhein-westfälische Parlament eingebracht werden würden, einfach übernommen haben, AfD drüber geschrieben haben und plötzlich mussten CDU und SPD ihre eigenen Anträge ablehnen, nur weil jetzt AfD drüber stand. Stimmt? Zumindest von den anderen. Bei uns tatsächlich nicht. Wir haben von Anfang an gesagt, egal von welcher Partei ein Antrag kommt, wenn er uns passt, wenn er gut gemacht ist, dann werden wir ihm noch zustimmen. Selbst wenn er von den Grünen kommt, allerdings zugegeben, da kommt relativ wenig, was wir zustimmen können.